herzlich willkommen liebe leute zu einem weiteren diablo 3 video hier von mmozonen in dem video möchte ich euch zeigen wie wir unsere charaktere schnell und sicher garantiert sicher auf qual sechs leveln können ich nehme dazu einfach mal meinen dämonenjäger kampagnen mode ganz wichtig akt 1 kampagne und dort brauchen wir die achte quest dem zirkel folgen und wählen da die erste also den quest anfang aussagen dann okay die schwierigkeitsstufe stellen wir wie gesagt auf qual 6 hoch bedeutet wir bekommen 1600 prozent mehr gold und erfahrung und sagen dann spielt starten ja wir landen dann in neu tristram mit der guten lia und die lia hat eine quest die uns zu den klippen von wartham wenn ich mich jetzt nicht täusche führt hier vorne steht lia die werden wir jetzt mal anquatschen vorher allerdings noch ganz ganz wichtig bewegungsgeschwindigkeit maxen sämtliche fähigkeiten die euer ja euer movement speed wie jetzt zum beispiel beim dämonenjäger den salto erhöhen solltet ihr skillen quest angenommen keller der kapelle von wartham und hier müssen wir jetzt uns einmal den speicherpunkt holen ich zeige euch das wie gesagt von ganz am anfang angekommen in wartham bewegen wir uns richtung den höhlen von aranea oberhalb von wartham hier links ist noch eine tour die nehmen wir natürlich mit ein bisschen gold kann ja nie schaden und ja unten links seht ihr schon wo es weitergeht und also in den in die höhlen und genau davor ist der speicherpunkt den wir jetzt benötigen um so effektiv und schnell und sicher leveln zu können hier ist noch der einsiedler speicherpunkt erreicht wir gehen nicht in die höhlen sondern porten uns jetzt zurück nach neu tristram verlassen das spiel anschließend und haben dann unseren speicherpunkt in dem wir dann immer wieder das spiel fortführen können ich zeige euch das jetzt hier nochmal und ja der eigentlich beziehungsweise wie man jetzt eigentlich xp bekommt ist eigentlich ganz einfach wir spawnen in der stadt das portal ist da wir gehen durchs portal wie gesagt bewegung ist hierbei alles der verrückte einsiedler steht hier unten der ist aber nicht der entscheidende sondern oben an der brücke kann mit etwas glück roger der alchemist sein der befindet sich dann hier rechts wo ich gleich mit der maus hin und her wippe genau und ja das ist der eigentlich interessante npc denn der hat eine quest die uns runter zu dem verrückten einsiedler schickt und der uns dann erfahrungspunkte gibt und ja ich habe das gestern bisschen gemacht ich habe das heute ein bisschen gemacht und ich sag mal so es ist hardcore tauglich im sinne von hier spawnen keine mobs auch keine rare mobs ihr könnt natürlich auch die leichen umdrehen die kisten öffnen und bekommt dann halt wirklich die qual 6 belohnung also extrem viel gold extrem viel erfahrungspunkte das war das zweite game ich habe jetzt hier kurzen cut gemacht beim vierten game habe ich das erste mal den roger den alchemist und das zeige ich euch jetzt noch auch wie viele erfahrungspunkte wir dann bekommen ja klippen von wartham wir sind wieder unten bei dem guten einsiedler bewegen uns hier hoch und noch mal der hinweis movement speed ist hierbei alles denn es geht hierbei wirklich um zeit und ja hier ist roger der alchemist der nehmen wir jetzt die quest an und der schickt uns mit der quest der opferbereite einsiedler nach unten denn da sollen wir ein gebräu liefern das machen wir jetzt natürlich und ihr seht unten die erfahrung ist auf über keine sechseinhalb bubbles das waren 9,5 37 millionen erfahrungspunkte wir porten uns jetzt zurück in die stadt und probieren das ganze noch einmal und ihr seht ja dass eine sache von keine ahnung 20 30 sekunden spiel fortführen und und so weiter ja so ist effektives leveln in diablo 3 noch möglich ich sage noch möglich weil ich denke es wird früher oder später von blizzard genervt bzw gefixt die leichen zum beispiel oben droppen schon weniger gold beziehungsweise fast gar kein gold mehr die kisten spawnen hier natürlich immer noch random ihr seht die ja die leichen mehr oder weniger haben kein gold mehr in sich hier noch mal ein run mit level up und ja wie gesagt die erfahrungspunkte skalieren natürlich pro level das heißt wenn ihr irgendwie 66 seid oder so auf dem weg zu 70 bekommt ihr mehr als ich jetzt hier mit level 60 und ja movement speed ist alles noch mal der hinweis und hier steht noch mal roger der alchemist ich klicke ihn an hol mir erst mal die truhe hinten das gold hallo jawohl jetzt fast 5000 gold nehmen die quest an gehe runter zu dem einsiedler an der höhle und habe dann mein level up und ihr seht das war jetzt keine ahnung in unter in unter zwei minuten wieder 65 37 millionen erfahrungspunkte habe level up und sogar noch ein bisschen was vom level gemacht und ja so könnt ihr dann wie gesagt leveln packt eure paragon punkte in bewegungsgeschwindigkeit nehmt auf jeden fall movement fähigkeiten die euer movement erhöhen und ja alles in allem sage ich bis demnächst liebe leute macht es gut haut rein ciao